Herr Röhrig, was macht denn der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs? In Deutschland und weltweit erleiden viele tausend Kinder jeden Tag sexuelle Gewalt, zum Beispiel in ihrer Familie, zum Beispiel im sozialen Umfeld, im Bereich der Schule, aber auch bei der Nutzung digitaler Medien. Wir haben in Deutschland alleine pro Jahr mehr als 25.000 Ermittlungs- und Strafverfahren alleine wegen sexuellem Missbrauch und Besitz, Weiterleitung und Herstellung von Kinderpornografie. Und die Aufgabe des Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung ist es, alles dafür zu tun, dass Kinder besser vor sexueller Gewalt geschützt werden, dass sie Hilfe bekommen und dass den Tätern das Handwerk wirklich gelegt wird. 2010 gab es einen runden Tisch sexueller Kindesmissbrauch. Da wurde das Thema erstmals auf die politische Ebene gehoben. Was hat sich denn seitdem getan? Also das Drama des sexuellen Missbrauchs, der tausendfache sexuelle Missbrauch, ist sicherlich sehr viel stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit getrungen, auch durch die Fälle, die zu Skandalen geworden sind und über die eine breite öffentliche Berichterstattung stattgefunden hat, ganz klar. Politik und Zivilgesellschaft haben in den letzten Jahren auch tatsächlich schon einiges unternommen seit 2010, um den Schutz von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Aber leider, und das beklage ich, wird noch nicht das Maximum für den Schutz vor sexueller Gewalt getan. Weder von der Bundespolitik, noch von der Landespolitik, noch von den Kommunen und noch von Kirchen oder zum Beispiel dem organisierten Sport. Als wir unseren Bekannten erzählten, dass wir mit ihnen sprechen und worum es geht, haben sie uns erst einmal groß angeschaut. Sie kannten das Thema bisher nämlich nur aus Schlagzeilen in Einzelfällen, wenn beispielsweise ein Kinderpornoring ausgehoben wurde. Dass es dafür extra einen Beauftragten gibt, wussten sie nicht. Auch nicht, wie häufig sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen ausgeübt wird. Woran liegt es, dass die Gesellschaft so wenig weiß, obwohl doch so viel passiert? Mit dem Thema der sexuellen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, damit beschäftigt sich niemand gerne. Und bei vielen ist es so, wenn sie davon hören oder lesen, gehen ganz schnell die Jalousien runter und sie möchten einfach damit nicht befasst sein. Und die Verdrängung setzt dann ganz schnell ein. Es ist eine verrückte Situation, eigentlich paradox. Niemand möchte, dass Kinder sexuelle Gewalt erleiden. Aber die Mehrheit möchte sich mit dem Thema eigentlich gar nicht so gerne beschäftigen. Das ist ein ganz großes Problem. Und ein großes weiteres Problem ist, dass zum Beispiel in der Lehrerausbildung das Thema sexuelle Gewalt, wie man Kinder schützen kann, welche Folgen sexuelle Gewalt hat, dass das gar nicht in der Ausbildung vorgesehen ist. Und das wäre wichtig, dass in Studiengängen wie zum Beispiel Medizin, Jura oder soziale Arbeit oder auch für Lehrerinnen und Lehrer, dass das Thema dort in der Ausbildung verankert wird, sodass jedenfalls die Fachkräfte, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, dass die ein gutes Basiswissen zu dem umfassenden Themenfeld haben. An unseren Schulen gibt es beispielsweise Umweltprojekt-Tage, Antisemitismus-Tage oder Theaterprojekte gegen Mobbing. Alles wichtige Themen. Jetzt sagen Sie aber, dass es in Schulen ein bis zwei Kinder pro Klasse gibt, die von sexueller Gewalt betroffen sind. Warum reagieren denn unsere Schulen nicht darauf? Also zunächst, die Zahlen, die Sie eben genannt haben, sind richtig und natürlich erschreckend zugleich. Und ich muss sagen, Schule hat einen Kinderschutzauftrag, aber viele, viele Schulen machen einen großen Bogen um das Thema sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt. Und weil das so ist, habe ich im Jahr 2016 die Initiative Schule gegen sexuelle Gewalt ins Leben gerufen und mit 16 Kultusministerinnen und Kultusministern eine Kooperation begründet, sodass alle Schulen Schutzkonzepte einführen, sodass Mädchen und Jungen, die beispielsweise sexuelle Übergriffe erlitten haben, dass die in ihrer Schule vertrauensvolle Ansprechpersonen finden, dass ein Beschwerdesystem eingeführt wird oder dass Lehrerinnen und Lehrer auch ein Basiswissen zu sexueller Gewalt haben. Da bin ich sehr froh, dass wir das hinbekommen haben. Und da ich aber leider noch nicht erreicht habe, dass wirklich alle Schulen jetzt schon Schutzkonzepte anwenden, fordere ich von allen Ländern, dass sie ihre Schulgesetze dahingehend ändern, dass alle Schulen gesetzlich verpflichtet sind, Schutzkonzepte in ihren Schulen zu entwickeln und zur Anwendung zu bringen. Lehrkräfte, PädagogInnen und medizinisches Fachpersonal treten täglich in ihrem Arbeitsalltag in Kontakt mit Kindern. Sie spielen daher eine wichtige Rolle bei der Prävention und Aufdeckung von sexueller Gewalt. Wie werden Sie aber auf diese Themenfelder vorbereitet? Leider wird in der Ausbildung oder auch im Studium zu wenig Fachwissen zu sexueller Gewalt vermittelt. Es müsste viel stärker in den Ausbildungscurricula verankert werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt erst mal auf Fortbildung und Weiterbildung stärker setzen. Jede Fachkraft, die mit Mädchen und Jungen arbeitet, sollte ein Basiswissen haben. Und ich bin ganz glücklich darüber, dass wir mit allen 16 Kultusbehörden uns entschlossen haben, ein Basisfortbildungsmodul jetzt zur Verfügung zu stellen für den schulischen Bereich, sodass alle Lehrerinnen und Lehrer über ein Serious Game ein gutes Basiswissen zu sexueller Gewalt bekommen können. Weil wir hier bei Instagram unterwegs sind, was würden Sie sagen? Ist das Internet da eher hilfreich im Kampf gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen oder ein Fluch? Also es ist tatsächlich so, dass sexuelle Übergriffe, sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche durch die digitalen Medien enorm befeuert werden. Wir haben einen riesen Anstieg an Fällen, zum Beispiel von Kinderpornografie im Netz zu verzeichnen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass da viel mehr gegen getan wird. Wir haben das Problem, dass im Internet heute eigentlich kein Kinder- und Jugendschutz besteht. Und da müssen wir uns auch die Frage stellen, wie wir mit dem Datenschutz umgehen. Und ich bin dafür, dass wir das Verhältnis von Kinderschutz und Datenschutz im Hinblick auf das, was im Netz stattfindet, durch Cyber-Crooming beispielsweise, wenn sich erwachsenen Kinder mit sexuellen Absichten im Netz nähern, dass wir da eine neue Balance hinbekommen. Ich meine, auch Netzaktivisten müssen sich dieser enormen sexuellen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, die im Netz stattfindet, stellen und dürfen davor nicht die Augen verschließen. Was kann unsere Generation machen, um gleichaltrigen Betroffenen zu helfen? Vielleicht gerade auch jetzt in Zeiten des Lockdowns, zum Beispiel online. Zunächst möchte ich mal sagen, dass Schweigen immer nur Tätern und Täterinnen hilft. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch über Insta oder über TikTok sich über die Gefahren austauscht, die durch das Netz, durch soziale Medien bestehen. Und man muss die Risiken und die Gefahren kennen. Und wenn man darüber spricht und sich darüber bewusst ist und das diskutiert, dann hat man schon sehr viel getan für eine gute Prävention. Sie und andere warnen davor, dass der Corona-Lockdown dramatische Folgen für die Betroffenen haben kann. Wieso? Keine Frage, der Corona-Lockdown begünstigt sexuelle Gewalt, sexuelle Übergriffe gegenüber Mädchen und Jungen. Wir müssen uns nur mal eine familiäre Situation vorstellen, in dem der Vater der Missbrauchstäter ist und die Kinder im Moment den ganzen Tag mit dem Täter zusammen in einer Wohnung wohnen und die Kinder keine Möglichkeiten haben, in der Schule oder in der Kita oder im Sportverein jemanden zu finden, dem sie sich anvertrauen können. Dazu kommt, die Jugendämter, also die, die für das Kindeswohl kämpfen, die haben fast den Kontakt im Moment zu den Familien verloren durch den Lockdown und dadurch ist die Hilfe, fällt die auch weg. Und wir müssen wirklich damit rechnen, dass wenn jetzt die Schulen wieder aufmachen, dass da eine ganze Welle an sehr belasteten Kindern auf die Schulen und auf die Kitas zukommen. Und es ist wichtig, dass sich diese Bildungsinstitutionen auch wirklich jetzt darauf einstellen, dass sie dann in der Lage sind, Mädchen und Jungen zu helfen. Sie möchten am Ende des Jahres, nach neun Jahren aufhören. Und was hat nicht geklappt? Ich habe leider nicht erreicht, dass Politik insgesamt dem Kampf gegen sexuellen Missbrauch höchste Priorität beimisst. Und ich habe leider auch nicht erreicht, dass die Fallzahlen, dass die spürbar zurückgehen. Und ich habe leider auch nicht erreicht, dass alle Fälle angezeigt werden und alle Täter tatsächlich auch verfolgt werden. Politik und Gesellschaft müssen den Kampf gegen sexuelle Gewalt als nationale Aufgabe tatsächlich für sich erkennen. Und das ist noch nicht erreicht bis heute. Und das ist die Aufgabe für die kommenden Jahre. Und das ist noch nie so. Ich habe mehrna. Und das sind die Hebrews-Wenn, Vuola und Finanz, Und mich damals encore, Von naturen ange rainer,